Sie sollten sich vielleicht nach Bristol begeben, Sir. Die Polizei meldet dort dieselbe Opernmusik, die auch an den anderen Tatrahmen gespielt wurde. Wer ist das? Keine Sorge, er kriegt uns nicht! Mein Lieblingsaufstand war wohl der in Blackgate, aber der hier ist locker unter den Top 3. Zentrale, hier spricht Falcon 4. Wir haben hier etwas. Auf einem Dach in Bristol wurde eine Leiche aufgehängt. Willkommen, diese Tiere. Es ist mir egal, ob das Gas weg ist. Batman hat den Kampf noch nicht gewonnen. Alfred, ich habe eine weitere Leiche gefunden. Sechs Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser Albtraum enden? Ich habe so ein Narbengewebe schon mal gesehen. Das ist eine Bissspur. Den Muster nach stammt sie von einer Selakimorpha-Art. Diese spezielle Hai-Art gibt es nur vor der Küste von North Gotham. Das Opfer verfügt über eine Okularprothese. Dieses besondere medizinische Acryl wurde nur einmal während einer Probezeit vor fünf Jahren eingesetzt. Anzeichen von Gewalteinwirkung am Oberarm. Es wurden Titanschrauben zur Behebung einer Oberarmfraktur eingesetzt. Alfred, das Opfer heißt Lisa Mendes. Sie hatte eine unglückliche Kindheit, Sir. Sie verlor früh ihre Eltern, lebte in Pflegefamilien und nahm Drogen. Dennoch wurde sie eine rechtbegabte Surferin und so kam es auch zu der Hai-Attacke. Leider starb bei dieser ihr Freund. Sie arbeitete für einen wohlzügiger Surfer in Tucson, Arizona, als sie verschwand. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Der Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Laszlo Valentin. Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat. Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen schöner Salon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. An alle Einheiten! Die Feuerwache in Utersmark wurde angegriffen. Sie brennt Lichter Luch. Ende. Mein Magen fühlt sich an als es immer wie die Kehle auf der Spitze zu sein. Noch in diese ... Verte, der ist hier! Ich rücke vor ... Alter, das ist geil! Ah! Ah! Die! Ah! 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 Oh! 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 Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein, 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 nein. Pig, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pig macht sie besser. Pig macht uns alle besser. Es ist aus. Aber Pig hilft dir auch. Macht dich perfekt wie die anderen. Du bist krank. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schlecht. 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 Pig ist wie Schlamm. Pig ist wie Gott. Pig ist hier zum Reparieren. Genau, mein Liebling. Zeig ihm, wie perfekt du bist. Erhebe dich, mein Schatz. Er hat keine Macht über dich. Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Huugabe, Huugabe, zeig dich, wie perfekt dir sagt. Oh! Sie kommt und holt dich. Ledermaus! Mach dich fern, Peck! Rapparier ihn, mein Lieblings! Mach ihn perfekt! Hütte, Hütte, mach schnell die Scheisse! Schiff, mach dich, deine Überdruhe! Geh das! Geh das! Geh das! Ja, siehre ihn, damit Döde ihn reparieren kann. Du bist richtig, genau das ist, du bist perfekt, und bring ihn zu Döde ihn. Du bist richtig, du bist richtig, du bist richtig. Ja, ja, leid ihn. Peek glücklich, Peek froh, Peek spielt mit dem Fleisch, macht es hübsch, auch nach dem Tod. Sollte! Oh, 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 oh. Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Wie meine Lieblinge nicht vergessen, denn... Ich werde das nicht sehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann kannst du mich aufhielst! Ich kann es besser! So viel besser! Seid du nachbekehren können? Ich kann es besser! Meine Backe! Mami! Mami! Immer auf der Suche nach nach zu beschmieren! Wo wird der Reporter seine Recherchen durchführen? Hey, Batman, wie geht's? Du arbeitest für den Riddler! Was? Du bist ja irre! Batman ist durchgedreht, Leute! Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute! Bist du sicher? Okay, okay! Ich helfe nicht mehr manchmal! Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist! Verteil seine dämlichen Trophäen überall! Sowas halt! Aber das ist alles! Ich bin kein schlechter Mensch! Wirklich! Das ist mir egal! Hey! Du kannst mich hier nicht reinwerfen! Ich bin Polizist! Jetzt nicht mehr! Da war ich immer nur noch! Wollt, irgendwas legislators! Ich bin정이. Fertig! Die schaffe aufgerollen... Technical ist es Coming. Das weiß ich. Uw! Ich générale, ich bin eaten von. stendlich! Ichored� mich gewartig! Untertitelung des ZDF, 2020 Kämpfst du mit mir, wenn ich deine Trophäen finde? Gut, Nigma. Ich nehme dich beim Wort. Ich werde dich ließen. Reden wir über den Riddler. Ich werde dir gar nichts sagen. Neuer Versuch. Okay, okay. Du mir nichts. Oh, scheiße, erklebt er, du ist mal. Denk auf. Bring uns hier raus. Es ist so, als würde mir... Vielen jetzt, wo ich weiß, dass er Bruce Wayne ist. So, als ob du merkst, dass der Weihnachtsmann eigentlich dein betrunkener Onkel ist. Wenn wir die Fledermaus fangen, können wir hier ruhig etwas Spaß haben, bevor wir ihn haben. Das war's für dich, Wayne. Das war's für dich. Stich! Hey, Baker, fang! Ich knall dich gleich ab! Stopp! Fang! Fang, Max! Du willst die Straßen zurückerobern? Nehmen sie dir! Sie werden dir nichts nützen! Ein Streifen war nicht gemeldet, dass ein Feuerwehrmann durch China Town beschäftigt wird. Ein Streifen war nicht gemeldet. Zentrale, wir haben hier einen Vorfall am Ufer in der Nähe von einem Chemiker. Es scheint sich um einen der vermissten Feuerwehrleute zu handeln. Gesteckt den Schwierigkeiten. Falken 4 sind es. Denk noch daran, dass alle deine Kumpel, dieselbe, vielleicht erleben wie du... Ein Streifenwagen hat gemeldet, dass ein Feuerwehrmann durch China Town geschleppt wurde. Viel Glück bei der Suche, Sir! Weißt du, ich schicke dem GCP-Tiefel ein paar Körperteile, so wie ein Pus... ...dass alle deine Kumpel, dieselbe Hölle erleben sie! ...dass die Strecke ist. Fass mich! Es ist Batman! Wir sind wohl nicht mehr so tatruher! Lass uns den Miljandär umliegen! Die Stadt ist echt vor die Hunden. Sie müssen ruhig bleiben. So sind Sie keine Hilfe. Es tut mir leid. Es ist nur so viel passiert. Es ist nicht leicht, als wären wir verflucht oder sowas. Ich habe von den vielen Bränden in letzter Zeit gehört. Wurde jemals eine Ursache ermittelt? Nichts Konkretes. In dem Fall haben wir uns im Kreis gedreht. Ey, bei unserem Glück wäre ich nicht überrascht, wenn es der Teufel selbst war. Warten Sie hier. Ein Officer wird Sie gleich abholen. Firefly hat die Feuerwache in Würthesburg angegriffen. Diesmal entkommt er mir nicht. Trucker 3, Zentrale Kampf im Gaggenkommens. Genau Badmatchs angewiesen. Die Neumann ist hier. Los! Die Neumann ist hier. Bist du fahr'n? Bist du fahr'n? Sicher, dass es... Ich würde schweren, dass es in Gothen noch einen Firebug geben soll. Die Fledermausch! Die Fledermausch! Ja! Ich bin nicht mehr! Die Fledermausch! Fledermausch! Der Weltmann ist einfach so durch'r'n Wand gefahren, als wär' sie gar nicht da! Dieser Firefly-Typ! Könnt's schwören? Ich hätt' ihn mal in nem Film ges- Was für ein Film? Bin ich sicher, die Flammen... Der Feuermann... Mr. Feuer, liegt mir auf der Zunge. Du kannst dem Riddler treu bleiben. Oder am Leben. Ja, was auch immer du willst. Weise Entscheidung. Oh, Scheiße! Es ist weg, Mann! Träger Sie raus! No! Es ist nicht hier! Ich glaube, ich hätte auch das Zeug für die Armee gehabt. Ich bin bald zu uns. Sorry.